So Leute, es ist Samstag, wir sind jetzt wieder, ich bin jetzt wieder in Rosenbach mit dem Gamealb. Moin. Und mit dem Stefan. Ich bin noch übel los. Ja, ist wieder da. Aber jetzt, ja, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Wenn diese scheiß Frau schon wieder, wenn die jetzt noch einmal kommt, Leute, dann filme ich sie. Und ganz ehrlich, sie hat keine Beweise, dass wir irgendwas gemacht haben. Also sie kann uns nicht anklagen oder sonstiges. Sie kann eigentlich gar nichts, weil wir haben, wir waren ehrlich, erstens nicht auf die Gleise. Sie hat erstens eh keine Beweise, dass wir was gemacht haben. Naja, ich habe schon Güterzug verpasst, leider einen mit der 12.16. Aber macht nichts, es kommt ja später noch mehr. So Leute, der Moritz ist auch da. Und jetzt geht das Filmen. Jetzt geht das Filmen erst richtig los, Leute. Jetzt geht es jetzt richtig los. 23 ist und 26 kommt kein Talent. Nein, jetzt kommt kein Talent. So Leute, gerade hat sich die Weiche gestellt, Leute. Jetzt kommt ein Zug, bis gleich. Moritz, schnell. Moritz, schnell. Es hat LOL drauf gestolmten. Ich weiß, das war beim letzten Mal da. Gehen wir jetzt um, bitte, Fabi. Ja. Gehen wir jetzt um. Hier. Stefan. Ja, dann bleibst du da. Das ist nicht unser Problem. Wenn du, wenn du, wenn du... Wenn du unsere Frau hast, kommst du einfach raus. So Leute, wir werden jetzt ein bisschen rüberfahren, weil wir Angst haben, dass die Frau wieder kommt. Ja, wir müssen uns... Außer Gamer, der bleibt hier. Außer meinem Bruder, ja. Ja. Ja, wie... Alter, hast du... Wieso, wieso... Mein Bruder will da nicht mitgehen. Ich weiß nicht, wieso wirst er nicht mitgehen. So Leute. Ein Zug kommt jetzt. Und der hat schon gehornt, hat man ein bisschen gehört. Das war RTS. Ja. Ja. Und der hat schon gehornt. Ja. 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 So, Er hat die S1216 mit Horn und Autozug Ich werde das auch mit Horn nennen Ich schreibe das dazu, Leute Weil das kriegt dann vielleicht etwas mehr Klicks Weil ich will schon ein bisschen mehr Klicks dafür haben Weil der hupt ja auch nicht immer So weg ist er, da hinten sieht man ihn glaube ich noch Ja, da hinten sieht man ihn noch Wir werden glaube ich jetzt gleich wieder da runter fahren Weil Wir werden es einfach machen Es sind ein paar Freunde von mir auch dabei Mein Bruder und ein Freund von mir Nein, zwei Freunde von mir eigentlich Aber einer ist gerade da unten Zu dem werden wir gleich fahren So Leute, wir fahren jetzt wieder runter Bis gleich So Leute, der Schnellzug wird gleich kommen Ja, also Leute, bis gleich Leute, der Schnellzug Oh nein Also Leute, da muss man mal sagen, wir haben Schwellen gehabt Nein, Spaß Das hat die Frau bestimmt nicht gehört Das hat die Frau bestimmt nicht gehört Nein, Spaß Leute, bis später So Leute, gleich kommt der Talent Ja Leute, der Land kommt jetzt Oh mein Gott Der zeigt uns nicht Doch Na Warte, warte, der guckt nicht Nein 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 Okay Alter Da war gerade jemand drin, Leute Ja, ich habe irgendjemanden gesehen Auf dem Stuhl gestanden Echt? Eine Frau, die auf dem Stuhl Eine Frau, die auf dem Stuhl gestanden ist Und hat keine Hose angehabt Und hat keine Hose angehabt, Leute Und keine Leiber Und kein Nur BH Leute, wäre das wirklich so gewesen Dann wäre das Video ab 18 bestimmt Nein, Spaß, Leute Wir sehen uns später Tschau So Leute, gleich fährt der Talent ab So Leute, der Talent fährt ab Das ist die Magdalena Echt Die meisten sind einfach ausgestiegen Ja, weil Ihr erinnert ja dazu Ja, Leute Kurz vor dem Fahrrad noch gefilmt, Leute Da vorne steht noch was, Leute Egal, Leute, wartet bis gleich So Leute, nein, nicht winken So Leute, jetzt fährt er Kommt hier noch ein Zug Nein, nicht Nein Ja, nein Ja 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 Ich denke, ich bin Ich denke, ich bin So, ein bisschen Horn aufgenommen, der Typ hat dann eine Zigarette in der Hand gehabt. Echt, der Typ, der Lokführer hat eine Zigarette in der Hand gehabt. Echt. Also, dann können wir wählen. Darf er das überhaupt? Dann können wir wählen, dass ihr immer grüßt. Darf er das überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Echt. So, Leute, das war's für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ne, morgen nicht. Wir sehen uns dann, weiß ich nicht wieder. Ich glaube... Moritz hat sich in der Hose gepisst. Nein, Leute, wir sehen uns. Nein, Moritz, wir sehen uns, Leute. Irgendwann wieder. Tschüss.